so liebe leute willkommen zurück zu slender the arrival und wir haben ein kleines problem gehabt und zwar hätte ich hier leider gottes anstatt auf option auf mainmenü gekommen und dann durfte ich das ganze noch mal nachzocken ist jetzt kein tragisches ding aber der slender main ist weg das heißt er wartet irgendwo anders auf uns und das heißt auch für sehr interessant für leute die vielleicht immer noch interesse am spiel haben das variiert tatsächlich diesmal lag auch die die flash die taschenlampe woanders das heißt in gewissem maße variiert das spiel immer und ändert sich dementsprechend was wiederum heißt man kann sich nicht darauf einstellen wo der slender man wohl sein wird ja 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 genau ich hatte nämlich auch schon am anfang als ich das noch mal nachgezockt habe schon relativ nahe des autos wo man wo man ja gestrandet ist sag ich mal einfach wo man ja sein unfall hatte wohl hatte schon dieses krisel geräusch oder sowas dieses typisches slenderman geräusch ihr wisst schon was ich meine und dachte da werde ich schon erwischt ihr wollt schon los schreien wollte ich schon aber es hat mich noch nicht erwischt ist es hier eigentlich auch die aufgabe von uns und welche irgendwelche schriftstücke oder so zu finden oder es ist diesmal so wie es mir schon scheint ein richtiges spiel okay hier hinten ist davon ist wirklich angegangen was ist denn hier als nächstes solchen gehen vielleicht hier noch mal lang ist auch noch ein weg ja ist halt scheiße beim letzten mal beim ersten und beim ersten part haben wir dann den slenderman gesehen das war ziemlich geil auch den cup den ich da gesetzt habe oder der war schon wieder sehr sehr pornös möchte ich schon fast sagen aber es wird nicht das letzte mal sein dass wir den zu sehen bekommen geht es hier oben irgendwie nehmen springen können wir auch nicht hier geht es rein haben so haben wir sie haben sind wir haben sind Baby hier da ich Oh Gott, he knows how to end this. Come find me. Don't let him in. Is it over or something? No. But who wrote the names? Probably the forgotten child we saw, right? On the tree. With this picture. The forgotten picture here. Ach, this is doch schön. Was is denn das immer für'n Geräusch hier? Na egal. Gehen wir weiter. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, was noch so kommt. Schade, ich ärgere mich wirklich, dass ich zurück ins Hauptmeni geflogen bin. Weil es war schon ganz cool, da so der Slenderman oben auf dem Berg. Aber naja, es bringt ja jetzt nichts, die ganze Zeit darüber zu jammern, dass wir den Slenderman sehen wollen. Ich will ihn nämlich eigentlich nicht sehen, weil, wie ich schon auf Facebook gepostet hab' und das könnt ja auch gerne mal abschicken, die Seite. Ähm, wird wahrscheinlich der Slenderman nur mich holen. Was ist meine aktuelle? Okay. Achso, nee, wir suchen nach Kate immer noch. Aber die Nachrichten könnte ich mir trotzdem ganz gut vorstellen, dass sie von einem kleinen Jungen sind. Was zur Hölle? Das war ich jetzt aber nicht. Oh, jetzt geht es mit den Pages los. Alles klar. Die Frage ist beantwortet. Shit, shit, shit. Shit. Alles klar. Alles klar. Wow, wow, wow. Alles klar, alles klar. Alles klar. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ist hier was? Ist hier irgendwas dran? Nein, nein. Oh, der ist schon in meiner Nähe What the fuck Der holt mich schon 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 What the fuck Wo ist er denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott Leute, wo ist er denn? Es kann doch nicht sein, dass hier nichts ist Oh Gott Willst du mir wirklich sagen, dass hier nichts ist, oder was? Ich kenne die Map hier gar nicht Ich weiß gar nicht, wo ich hinrennen muss Hier sieht es noch nett aus Oh, Slenderman Steht er da? Kann es sein, dass ich jetzt schon komplett die Orientierung verloren habe Ja, hier waren wir doch schon Hier ist noch eine Seite Oh, shit Wow, 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 wow Was war das? Was war das? Was war das? Wow, wow, wow Oh, shit Ich will ihn einmal sehen, ey Ich will ihn einmal sehen Wo ist er denn? Scheiße Ich bin nochmal im Kreis gelaufen Da ist doch bestimmt was drin, oder? Das kannst du mir doch nicht erzählen Oh, shit Slender Das ist auf jeden Fall schon mal ein deutlich besseres Feeling Als bei dem Free-to-Play-Ding Wie ist er denn? Boah, der Baum Nein, der Baum nicht Ich renne schon wieder im Kreis Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll Och, die Orientierung lässt nach Dabei bin ich doch ein Kerl Wir haben es doch drauf Das ist doch eher bei den Frauen Die können das nicht Ja, Mann, ey Heulen wie so ein kleines Kind Weiß aber hauptsache Nimm mal einen kleinen Macho-Schwuch raushauen Ja, ja, so ist es ja so Ja, klar Das macht er doch schon Ich laufe hier, glaube ich, schon wieder komplett im Kreis Oh Ist er das? Nein, das ist ein fucking Riesenbaum Ich dachte, der wäre gewachsen Was ist denn bei Slenderman? Slenderman Oh, da, da, da Oh, Gott, nee Oh, Gott, so ein Blumenfeld hier Da kommen wenigstens vier Wenigstens vier Seiten Ja, aber ich glaube, wir sind Tak, aber ich glaube, wir sind Es ist richtig, dass wir